Servus Angelfreunde und willkommen zu einem weiteren Video von EF4. Heute geht es um den Bachsäbling am Ladugasee. An der Position 71-24 oder 73-23 konnte ich einige schöne Bachsäblinge fangen. Mit dabei war auch ein Trophiebarsch. Meine Quippe und meine Position seht ihr dann wieder am Ende des Videos. Dann wünsche ich euch dort viel Erfolg und Petri Heil! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!